Hab Bock, Leute. Hä? Was war das? Was ist da los? Kommt scheiße. Ey, fackt, Junge, ich hab die Booster vergessen, ey. Was? Was? Ich brauch eine Aufnahme, um euch zu machen, ich hab vergessen. Was ist da los? Traust du dich, ihn zu tränken? Na, easy, man, gib her, Junge. Bis nicht, wenn du eine Hand da hörst, ich brauch den Booster. Was ist denn mit der Vico los? Ich glaub, er ist auf Booster. Das Zeug brauch ich auch. Entfessel dein Potenzial, jetzt verfügbar. Der neue Violent Spooky Orange, nur bei Neosubs. Hey, Rico, wer darf machen? Wir müssen den Booster testen, Digga. Ja, Digga, auf jeden, Mann. Ja, Mann, lass ballern. Guten Morgen, Freunde, was geht? Hallo. Marita gibt mir so einiges und wieso. Heute ist der 18. Was? Zehnte ist heute Montag. Was steht heute an? Mara steht heute an, ab heute vier Wochen lang. Weiß ich nicht. Oder würdest du sechs Wochen machen? Weiß ich nicht. Sechs Wochen Diät? Nee, lass mal einfach vier Wochen. Vier Wochen Diät, ja. Wir machen jetzt mal vier Wochen eine Transformations-Diät. Wir machen natürlich dann natürlich noch einen Formcheck. Und, äh, die wiegt jetzt, wie viel? Was hiehst du nochmal? 96 Kilo? Ja. Ja, ne? 106. 106 Kilo wiegst du? Ja. Ich wollte auf 96 Trocken kommen. Okay. Für die Bühne und dann werde ich mir die Profile holen. Dann Wasser raus und Farbe auf, ne? Genau. Nein, sie wiegt 74 Kilo und wir wollen jetzt mal runter auf, mal gucken so, vielleicht so 68. Wie viel? 68 Kilo, 60 Kilo mal runtergehen, mal gucken was geht in vier Wochen. Ich glaube nicht, dass ich in vier Wochen 10 Kilo abnehme. Also die Makros habe ich hier aufgeschrieben. Morgens Cardio, dann irgendwann später Training, dann wieder Cardio. Nach meinem Trainingsplan trainiert sie, aber sie ist wie sie möchte. Hauptsache die Makros passen. Wenn ich reite, dann mache ich auf jeden Fall. Ja, dann wenn du nur reitest, dann machst du morgens gleich Cardio, ja. Gut Leute. Und wir fahren auch noch jetzt gleich nach dem Gym nach Hamburg schon wieder. Wir waren erst vorgestern wieder da gewesen. Und, äh, sie macht ihre Kochrezepte. Kai, schmale Schulter ist am Start. Aiki kommt mit. Ja, und Uwe ist am Start. Natürlich wieder ein bisschen Trainingsvideo, ein bisschen Labern, Essen geht zusammen, Lifestyle leben. So sieht es aus. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace out. Musik Oh baby, bollern dir Tabletten. Schöne klicken Kaffee büller. Da steht die wirklich 5 Kapseln. Ne. Ne, dann bollern wir jetzt. bollern wir 3 rein. Ich wirf nicht. Davon wird schon schlecht. Warum wird sie verschickt werden? Das ist ja irgendwas illegal. Nein, Mann, das ist illegal, Mann. Das ist von Neos aus Neoburn, Alter. Das ist illegal, das dürfen wir gar nicht machen. Sonst fliegt das wieder raus aus dem Produkt. Leider. So kleine Johan-Bean und so waschen. T3, T4. Ja, das darf man ja nicht. Bulma ist läufig, volle Kanne. Letzten zwei Tage. Und Trunks ist rattig wie Sau. Du kriegst aber überhaupt nicht geschissen. Ja, weil du kriegst nicht geschissen. Der ist dumm. Dann wollen wir auch für keinen Bock auf ihn. Genau, aber sie macht ja auch Sitz und lässt einfach ihren Arsch runterhecken. Dann würdest du sagen, guck mal, hast du gesagt. Hier sind deine French Toast. Hast du auch alle schon getrackt und gewogen? Dann sieht man gleich mal an. Wieso? Na ja. So, ihre French Toast sind fertig, also ihr Frühstück ist fertig. So, was hast du denn für Makros bekommen von mir? 1770 Kalorien, 143 Gramm Eiweiß, 160 Gramm Carbs und 60 Gramm Fett. Ja, Mann. Also auch immer morgens, abends oder Omega-3 nehmen zu dir. Allgemein die Vitamine, D3, D3, K2. Jeden Tag. So, sie hat sich jetzt French Toast gemacht, das hat sich auch getrackt. Aber wir werden mal im Laufe des Tages... Wir haben auch echt Kalorien, wenn ihr das noch nicht wisst. Am Ende des Tages wird sie ihr Tracking Zeug zeigen. Ich habe hier mein High-Protein Milchkaffee mit ungefähr 40 Kalorien höchstens. Mit Whey-Solat und Alkohol-Milch. Die hat nur 13 Kalorien auf 100 Milliliter. Dann einmal meinen Reispudding hier drinnen. Und machen wir nochmal 200 ml Eikler mit einem Ei. So, wir sind jetzt angekommen. Eiko muss wieder umparken, hier darf man nicht parken. Alle Pappels sind schon belegt, was bei der Docks. Gleich sehen wir Kai. Hast du schon mal kennengelernt über Kai? Nicht richtig. Fibo nur ein bisschen so, ne? Wahrscheinlich, ne? Geiler Typ auf jeden Fall. Verspannend, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Schauen wir mal. So, lange nicht mehr gesehen, Uwe, wa? Spontanes Treffen hier. Wieder, schon wieder. Man kennt's ja, ne? Aber so muss sein, Digga. Ich habe schon mal gerade gesagt. Content muss laufen, Digi. So sieht's aus. Guck mal, Alter. Den habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, Alter. Letztes Mal Fibo auf meiner Kamera. Ich sehe immer nur über den Wettkämpfen, dass du immer breiter wirst. Ja, Digga. Von Jahr zu Jahr. Gummibärchen helfen, Digi. Freue mich, dich mal wiederzusehen, Digga. Mega nice, Digga. Mega. Geil, Alter. Wie geht's dir? Gut, und dir? Wieder besser. Wieder besser? So nach Wettkampf, äh, Depri-Phase? Ne, Depri nicht. Ich hatte so einen Abszess hier am Mund, Alter. Ach du Scheiße. Ja, Digga. War voll im Arsch. Von diesen, von diesen, äh, Wassertabletten und so. Weißt du? Ah, deshalb kam auch der Abszess, oder was? Mhm. Zu viel, einfach im Mundsystem im Arsch. Der ist krank geworden und so. Scheiße. Ja, aber Digga. Wettkämpfe sind hart, Mann. Aber machst du auch bald einen, ne? Wieder? Ich würd gern nächstes Jahr mal einen Wettkampf machen, ja. Ja, was ist das denn? Mal gucken, ne? Also ich hab noch nie in meinem Leben eigentlich gemacht, und, äh, wir werden sehen, ob ich da überhaupt, also, ich will ja auch nicht, ich will ja an einem Wettkampf teilnehmen, um unterm Strich dann auch, Schwung zu haben, was zu gewinnen. Schon gewinnen. Aber wo, 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 wo schätzt du dir vor, wo willst du starten? Äh, das würde ich, keine Ahnung, Mann. Wo, sagst du, sagst du es mir, wo kann ich starten? Ich empfehle dich ja durch MPC. Aber Brosip hat jetzt auch einen dritten Platz gemacht, bei einer Pro Qualify. Für Pro Card. Da, wo ich auch starte meistens, ja. Gegen 40 Leute. Ja, ich, ich dachte jetzt immer so an, äh, irgendwie, also ich hab keine Ahnung von den Verbänden. Es gibt auch noch GmbF und so noch, natürlich, ne? Das hätte ich jetzt, also, das wäre jetzt das, wo ich sag, okay, da, dann, oder da misst du dich auch mit Leuten, die theoretisch mit den selben Mitteln, sag ich mal, äh, arbeiten wie du. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber, äh, ich wüsste jetzt nicht, welche Klasse, sag ich mal. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich mit meiner Muskulatur, sag ich mal, stehen würde, um. Hinkommen würdest am Ende, ne? Du weißt nicht, wie du genau aussehst. Also für mich, bis jetzt, wo du shredded warst, ganz klar noch Men's Physik. Men's Physik? Ja. Aber ich glaube, Classic wird hier auch stehen. Ich weiß nicht, wie deine Beine jetzt gerade aktuell aussehen, aber. Nicht so. Nicht nur aktuell, die sehen nie gut aus. Aber das kann man ja ändern, ne? Ja, das stimmt. Ist das eigentlich nur im Gym oder im Homegym noch bei euch? Äh, beides. Also jetzt war ich häufig immer wieder im Homegym, aber in der Regel immer noch im Gym. Gym ist einfach andere Atmosphäre, bist du da. Und auch mehr Motivation, auch alles, ja. Vor allem gerade im letzten Jahr, bis du nach 5 pro wieder rauskommst. Junge, safe, Alter. Und wie gesagt, Freunde, der Booster hier kommt. Halloween raus. Booster geballert, oder was? Ja, meiner ist schon drin. Wo ist mein Shaker? Hallo? Hallo? Hast du keinen mit, oder was? Ne, ich hab keinen mit, ne. Ja, ich dachte, ihr habt alles hier im Start, oder nicht? Ich rufe jetzt Stefan an, extra, für dich. Und dann kommt er mit einem Shaker. Oder soll ich den hier nehmen einfach? Oder soll ich den hier nehmen einfach? Mach deine Frau auch noch rein. Was? Da, die Flasche. Mach so wie Sweep einfach. Ne Bruder, der Booster schmeckt schon gut, Digga. Ich will den schon genüsslich genüsslich ließen. Aber guck jetzt Stefan an, pass auf. Okay, ruf dich mal an. Ruf mal den Asiaten an, der soll mal einen herbringen. Ja, genau. Ja, mach man. Ja. Stefan, 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 da. Das war eigentlich kein Spaß. Wieso, du hast keine, was hast du jetzt als Shaker genommen? Das hier? Ja, sonst musst du auch so einen, Rico. Ja, okay, nehm ich so einen, Digga. Okay, dann lass den Scheiß drauf. Nehm ich den. Ja, egal, nehm ich. Hast du noch ein, zwei Shaker hier, für hier unten? Super, sehr gut. Danke, Rico wartet schon. Bruder, danke für den Service, Bro. Safe. Die Melli ist auch am Start. Wie geht's dir? Machst du Melli. Machst du Melli, ja. Er macht heute Uka Uka. Sieht auch schön sauber aus der Ausführung. Sieht schön aus. Schön clean. Adikas, machst du jetzt Bankdrücken? Ja, ich hab heute gesagt, hey, ich hab keine Lust alleine Bankdrücken zu machen. Ist okay, wenn du keine Freunde hast. Ich hab gesagt, wenn du keine Freunde hast, ruf mich an, komm gerne. Jetzt sind wir hier. So, heute, hey, tiefer, 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 tiefer. Tiefer, 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 tiefer runter, tiefer runter, noch tiefer runter. Das geht. Das geht, ich kann das auch. Ja, nur weil du hast, dann kann ich das auch nicht. Bin ich knäckiger als du? Hm. Das ist ja, das ist ja nicht so gut, ne? Ja. Oh, hier. Rico, hier. Nee, das ist ja auch ganz k grounds, wenn du was. Oh, hier arose gloss dein Male Währung. Ich mache heute meinen Fokus-Schulter-Brust-Tripsitz-Plan. Ich habe schon zwei Stunden fertig. Und jetzt komme ich nochmal mit dem Rücken. Von mir natürlich alles andere Maschinen. Das heißt auch andere Übergänge. Die Übergänge sind anders. Die Gewicht ist anders irgendwie. Es fühlt sich auch anders. Anders an. Und deswegen muss ich mal gucken, was hier so an Gewicht geht. Ich kenne im Prinzip immer nur zwei Sätze. Und das war im Prinzip bei mir ganz klar. Und let's rappen. Wie viel hast du jetzt? Fünfzehn? Vierzehn? Komm. Komm. Halten. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Noch eine noch. Guck wie bös die wird, Leute. Schau mal den Zuschauer da draußen. Guck mal. Ich heiße. Ich bin da so Freikugel. Er ist so der Beule-Wiko oder so. Ja sowas ja. Eike ist Restday Eike. Bitte merken. Restday Eike. Eine Frage. Wollt ihr irgendwann auch noch anfangen? Oder? Es gehört so ein Restday Eike-Programm ja dazu. Weißt du? Warum drücken Restday Eike mehr auf der Bank als du? Weil du halt zwei Wochen Restday machst. Doch. Das ist so cool. Ja. 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 Das ist alles gut. so freunde training vorbei kein ufer haben ein gespräch wichtiges und ja eigentlich würden wir mit dem team also komplett mit uwe und co essen gehen aber uwe hat zu hause ein privates problem bekommen und muss leider früher los aber wir gehen natürlich noch mit kai und co noch essen jetzt gerade machen meli und marlina die kochrezepte für neo subs ich weiß gar nicht was sie machen aber wenn sie auf jeden fall mitprobieren und danach werden wir schön 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 essen gehen so ich habe noch gerade 45 minuten kein gemacht muss neben die uhr ausstehen hier zack und gleich geht es eben kurz oben ein shake ballern meine killings nicht dabei weil ich jetzt nur ein shake rein und habe heute vielleicht 500 kalorien gegessen haben mit dem shake das war's kann ich ordentlich was gönnen ja meine wasseranlagerung hat sich wieder gut eingelegt oder eingelebt habe ich lage nicht mehr so viel wasser ein egal wie viel ich esse gott sei dank das wasser geht aber immer in mein gesicht rein und immer unter dem rücken und rücken aber ich werde mit bei den marlina die diät durchziehen also so gut wie es geht bei mir zumindest ich erste dann so 354 tausend kalorien jeden tag und meine steps und mein kalium morgens nach dem training machen werde ich immer noch weiterhin lassen heute hat man das erste mal nach dem neuen weintrainingprinzip trainiert und wenn sie mal nachfragen wie das training für sie war wie der muskelkater ist nächsten tag ein form check kommt auch noch und ja ich nehme euch den ganzen tag natürlich mit so sieht es aus also sehen wir uns dann später wieder was ich noch mal sagen wollte ich habe hier immer risse im mund bei lippe wird hier in der mitte die als schritt wird schon besser langsam jetzt habe ich hier auch noch kaputte lippe aufgerissen also hier an der seite die aus den herzen ist auch nur aufgerissen und ich habe jetzt hier im augenlid herpes bekommen ich ganz krank was so war noch die mitte ist her müssen so angeht das kriege ich sowieso so schnell durch viel schweiß oder ekel oder wenn irgendwas was gesehen aber wirklich ist gehe ich davon herpes geisteskrank man das ist halt mein immunsystem was das angeht obwohl ich sehr sehr gesteckt bin ich bin nie krank aber herpes krieg ich auch weiter das ist halt ultra nervig und nervt mega so ich habe was gefunden hier und zwar den lean gainer der hat schöne gute carbs und krieg mir jetzt ein doppel schokolade etnosriegel zwei beschnitte und bounty kokosriegel alles in einem shake ungefähr 100 gramm wird zusammen gemixt mega leise hat bock drauf wie schmeckt ich bin gespannt weiberts hier machen hier schöne rezepte ich bin gespannt wie es nachher schmeckt auf jede oh shit das sieht doch richtig geil aus auch schon fertig apple crunch irgendwas was das hier so jetzt mal die anderen sachen ja es erst mal das eine auch käsebrötchen sind aber muss auch käse nehmen die sind abnormal so ich habe hier tatar matta katar da habe ich hier capaccio maccio mit schön butter mutter brot so wir haben hier einen twin teller wie das genau heißt aber vielleicht wisst ihr das ja genau die sind alle schon fleisch hier am essen gönnt euch gönnt ihr kein mann dein ganz durches fleisch sammeln ich habe habe ich das lecker fünf hundert gram habe ich so eingearbeitet Aber ich finde das echt gut, muss ich sagen, man. Also wir haben sowas in meiner Stadtumgebung nicht. Gar nicht? Gar nicht. Haben wir schon, aber spielt nicht gut. Leider, ja. Leider, leider. Aber wir kriegen noch Nachtisch, hast du gesagt, ne? Ja, Mann. Ihr wart letztes Mal sober auf mich, weil das kein Nachtisch gegessen habe, ne? Ah, stimmt. Aber jetzt darf ich sowas. So, Cheesecake ist am Start. Cheesecake, Misscake. Du hast auch sowas, ne? Die Mitte, muss durch die Mitte ballern. Durch die Mitte ballern? Ja, Leute. Ich quietsche jetzt, weil... Schauen Sie, es ist gut. Wir sind jetzt auch angekommen und Bulma zwangsmeinig krasse geradeaus war. Bulma ist jetzt seit zwei Tagen richtig läufig. Und wir haben ihm mal vor eineinhalb Jahren einen Chip eingebaut. Er hielt auch eineinhalb Jahre. Hat er gehört bekommen, war auch nicht so notgeil, wie die läufig war. Jetzt ist sie wieder läufig, richtig läufig. Und der Chip ist draußen. Und wir wollen jetzt keinen Chip einbauen, weil es wäre schön, wenn wir Hip-Boot-Bibys machen. Und wir müssen die jetzt auch in getrennten Zimmern schlafen lassen. Und es ist sehr, sehr anstrengend mit Trunks. Er isst auch nicht, oder isst sehr wenig. Nachher werden wir euch noch zeigen, wie wir unser Essen eingetrackt haben, wenn man unterwegs ist. Und jetzt geben wir erst noch mal drei Kilometer Gassi. Ja, Mann. Trunks ist sehr, sehr anstrengend. So, es kam auch Post an. Und zwar habe ich mir alles noch mal Oversized bestellt. In 3XL alles. Also Leute, bevor alles weg ist. Schnappt noch zu. Alle meine Lieblingshosen. Nightfall. Habe ich hier auch bestellt. In 2XL. Hatte hier ein XL. Passt mir nicht. Sie haben mir nochmal 2XL bestellt. Hier nochmal eine kurze Shorts. Nochmal ein Oversized Shirt. In 3XL. Weil ich einige in XL hatte. Passt mir halt nicht. Und ein Hooded Longsleeve Affinity nochmal. Mega, mega nice. Danke. So, da ich selber erst 2.200 Kalorien ungefähr gegessen habe. Muss ich auf jeden Fall nochmal auf meine 3.000 bis 3.500 kommen. Ich bin jetzt bei 5.000 Kalorienverbrauch heute. Sonst wäre ich zu hart ein Defizit. Und dann... Ne, das will ich nicht. Und deswegen gönne ich mir High Protein Toast von Benfit. Auch geile Werte. Warte, zeige ich euch gleich mal. Da. Fokus rein kriege. Da. 100 Gramm. 32 Kalorien und 16,15 Gramm Eiweiß. So eine Scheibe wiegt... Sagen wir 25 Gramm. 25 Gramm wiegt eine Scheibe. Erst gleich 2 Scheiben mit Mandelmus und Honig. Auf jeden. Ey. Fokus. So, 15 Gramm Mandelmus drauf. Mit Weight Watchers Butter. Und Honig. Und? Was hast du heute gegessen? Ähm... Ich habe vor 1750 Kalorien. Und die Makros? 120 Gramm Kohlenhydrate. 152 Gramm Eiweiß. Und 66 Gramm Fett. Das ist ja gut dann. Also morgen Frühkario wieder, ne? Tag 1 ist vorbei. Gut. Hehe. Hehe. So. Nachricht hat sie sich auch nicht genommen. Wir gehen jetzt auch ins Bett. Gehe ich halt mit 3000 Kalorien oder so ins Bett. Ist ja auch egal. Ist auch nicht so schlimm. Und ich hoffe, dieses Video hat euch allen gefallen. Geben uns gerne einen Daumen nach oben. Kommentieren. Abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Alright. Ja man. Also bis zum nächsten Video. Peace. Aus. Aus.